Das mit der Attrappe haben sie von mir. Sie würden die richtige Waffe niemals dorthin bringen, so viel wussten wir schon. Naja, AX. Also gut, vor Monaten installierten wir ein Relais an einem alten französischen Wettersatelliten, um das georgische Militär abzuhören. Bekamen einige Infos, darunter die Sache mit der Attrappe. Dann kamen diese Typen. Die haben alle ihre Infos? Ja. Keine Backups? Wo? Ach du Scheiße, noch mehr Arbeit. Ja. Jetzt dürfen wir uns um diesen Satelliten kümmern, wie immer. Toll. Die Satellitensteuerung stand in den Anden. Aguirre sagte, wir könnten sie ausschalten. Theoretisch. Okay, Jungs. Und jetzt beschießt ihr die Ziele da drüben. Gut. Marlow, Haggard, ihr geht an die Geschütze und feuert. Hilfst du uns denn nicht, Flip? Was ich? Keine Chance, mach ich mir Pazifist. Ah! Pazifist? Wie kannst du ein verdammter Pazifist sein? Tja, ist schlecht für meinen Karma, Mann. Damit schärfst man nicht. Ich fliege nur. Hex? Lass gut sein. Rauf geschissen! Damit komm ich nicht klar, du Windei. Ich schieb dir deinen Karma dahin, wo keine Sonne scheint. Ich dich auch mal? Ein verdammter großkotziger Scheißliberaler. Okay, die mögen sich. Ah, endlich mal wieder mit für eine Waffe. Achte auf Panzerfäuste. Sie fliehen. Das sollten sie auch. Machen Sie kalt. Okay, da unten sind so viele von denen. Gehe ins Zieleflug für euch. Äh. Scheiße. Ja, freut euch weiter auf die Ziele. Fack uns weiter. Die Panzer bauen Ziele ab, dann ist alles paletti. Stirb. Stirb, stirb. Stürb. Du kommst gerade nicht hoch. Das war mal kaputt. Das da auch. Das ist ein Geder. Wieder rennen. Und du achtest auf Panzerfäuste Himmel. Halt uns hinter dem Weg und pflegen. Finde zu, dass ihr sie trifft. Finde jetzt nur, dass wir uns mit treffen. Da steht einer. Da werden wir wieder. Okay, auf den Trucks sind so schöne Gasfässer. Das ist sehr intelligent. Oh, oh, oh. Das war eine Rakete. Boah, ich fickt euch. Okay, wir landen in drei, zwei, eins. Okay, los, in das Haus. Macht schon. Oh Mann, das hätte ich auch gerne gemacht. Äh, wohin? Über den Parkplatz. Los, los. Ich habe ja da nur eine Waffe. Los. Bravo, Tru, ich mache die Biege. Wenn ich bei mir ziehe, ist zu viel Aufmerksamkeit auf mich. Geht mit Gott. Aha. Ich dachte, du glaubst nicht an Gott. Naja. Okay. Munition. Speichert. So, wo müssen wir hin? Hier ist kein Schwein. Hoppala. Muss immer alles kaputt. Der einzige Weg hoch zur Station. So, wollen wir mal nachladen. Ja, müssen wir mal diesen Weg hier hoch. Ach Mann, du bist doch blöd. Dräng mich doch nicht ab. Okay. Hoch, Kaliber 50. Oh. Ach. Welches MG? Habe ich doch schon längst das zerstört. Ja, von wo denn jetzt noch? Einer ist da noch. Wir sind hier fertig. Okay. Ist halt gerade so aus, als ob da oben noch einer wäre. Aber nur die Flagge. Feuer, Schutz! Wo zum Henker sind wir hier? Runter, runter! Wo ballern die da oben? Ich seh ihn doch. Verwäng uns! Ach, jetzt hab ich ihn gesägt. Da hat eine Waffe. Die will ich haben. Seht ihr? Der hat ein schönes Scharfschutz. Das nicht schlecht ist. Tod. Tod. Ah, das Scharfschutzung wäre genial. Oh. Oh, ich bin drin. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Mal auf dem Weg nach unten nachladen. Ah, jetzt könnte er mich aber nicht mehr treffen. Mal auf dem Weg nach unten. Äh, warum runter? Oh, bleibt da stehen! Tod! Ich liebe dieses Scharfschützen, das wäre voll geil! Mit dem macht das Spiel wieder richtig Spaß! Ich brauche mich aufzubauen! Puh! Nachladen! Nachladen! Dann stirbst du halt zuerst! Und jetzt du! Mir ist das egal, in welcher Reihenfolge ich sterbe! Da ist noch einer! Da... auch noch runter! Da war einer! Da war einer! Oh man, dieses Haus rein! Okay... Wollen ist eine andere Frage! Das müsste es sein! Wenn wir was anderes als Russen umnieten, können wir uns von dem Satelliten verabschieden! ... 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 Ah, alles ruhig hier. Wollen wir die Steuerung aktivieren. So. So. Okay, er hat den geosynchronen Orbit verlassen und kommt näher. Das schaffen wir nie. Sagen wir Flynn Bescheid? Mhm. Ghost Rider, hier Redford. Satellit auf Crashkurs gebracht. Kannst du uns holen? Äh, Bravo Two, hier Ghost Rider. Negativ. Von den Bergspitzen pfeift ein mörderischer Scherwind. Ich kann's nicht riskieren. Sorry, Mann, aber sobald ich kann, komme ich euch holen. Ghost Rider auf. Oh, oh. 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 Oh.